Der Luxusimmobilienmarkt in Österreich ist regional unterschiedlich strukturiert, überschaubar und trotzdem sehr spannend. Der Wert der verkauften Luxusimmobilien hat sich im Jahr 2021 auf 4,15 Milliarden Euro erhöht. Das ist ein Plus von 31,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Auch die Preise sind im Jahr 2021 im Jahresvergleich signifikant gestiegen und zwar im Durchschnitt um 15,6 Prozent für eine Luxuseigentumswohnung und um stolze 36,8 Prozent für ein Luxuseinfamilienhaus. Unverändert ganz oben in der Beliebtheitsskala sind die Top-Wintersport-Destinationen wie die Region um Kitzbühel, am Auerberg und im Salzburger Pongau. Beziehungsweise die Gebiete mit malerischer Seekulisse, allen voran der Wörthersee, dazu der Bodensee und einige Seen im Salzkammergut. Im städtischen Bereich sind einige Bezirke in und um Wien und vor allem die Städte Bregenz, Innsbruck und Salzburg höchst begehrt und entsprechend teuer. Nähere Informationen zu den Entwicklungen im Luxussegment beziehungsweise den jeweiligen Bundesländern finden Sie auf remax.at. Übrigens, sollten Sie daran denken, Ihre Luxusimmobile zu verkaufen, dann sind Sie bei Remax genau richtig. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.